oh mein gott so jetzt das doppel duke nukem gedächtnis geschützt gold war die immer noch gerne eine phase da konnte ich sie gar nicht leiden das war unmittelbar nachdem nach dem nerv weil sie einfach zur maßstäbe gewöhnt war aber da war sie einfach auch zu krass ehrlich ganz klar was ich für den geschmack dampfe americas feines oder so heißt das also tabak geschmack drei artis ich werde du wirst vom eifer das alpha weibchen was sie geklickt alpha weibchen von auch in die ecke oder rechnen wir damit das paar dumme habe ich davon wir denen die seite snacken können weiß ich nicht ich glaube nicht dass ein paar dumme heavies kommen das probleme und ich auch in die ecke fahren was ich weiß es nicht dann brauchen wir auch nicht hoch in die ecke fahren erkennen keine ahnung ich will lieber in die ecke fahren weil sonst stehen wir hier die pushen ja neuerdings immer an g5 g6 daran ja aber nicht ist die mitte besser du ich bleib in der mitte also kannst du auch fahren das passt einmal auch ein gutes kreuz fern ok ok naja ein email ist schon am stadt aber das hat zum beispiel schon kacke er heißt einfach nur b das objekt 140 geht hier gleich für mich jolo dann kann ich richtig rein und sein dass sie hinten td aufmachen kann sein dass ich jetzt zum zweiten mal am typ vier schwerbauen ist halt einfach besser als ich oh kaka willst du das wirklich tun ok jetzt geht's heat in die fresse kollege heat bounce ein spot er nimmt es aber auch wie ein mann da hinten so jetzt gibt es noch mal der typ ja ach komm alter wir können auch den konk pushen dann irgendwann so machen ja solange ich hier noch aber freeshots auf den type hab ja mach klar die runde ist eh im arsch der konkur hat gerade von allen drei artis gleichzeitig kassiert arme saumann na du schau mal dass du mir zurückschießen kannst eventuell also hier so meine ich ja einmal vielen lieben dank für deinen sub vielen vielen dank dass ihr den kanal unterstützt dankeschön also type habe ich abgefrühstückt ich stehe jetzt so dass ich gleich auf den leopardo feuern kann ja der fährt da jetzt macht jetzt einen auf super hardcore oder komm schieb die leute da raus ich kann hier unten spotten für dich so ein stück weit zumindest wenn der schule das noch mal ein stück weiter nach vorne macht dann ne wieder nicht weil er von mir abgehängt wird oh 1390 kommt bei dir ging oder ja warte 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 was bleibt dir da hinter dieser dreckigen hütte stehen oder was was bleibt dir da hinter dieser dreckigen hütte stehen oder was auf den E50 geschossen der E50 haben wir es getrackt ja ich hab noch reload na jetzt warsch gut ab bleib so oder ja da ist kalt rüber nein hab ihn ok nice 432 komm ich auch ran ich bin offen ich bin offen gib ihm E-Mail komm hast du noch einen? bitte hab noch einen sehr gut nice aber gut verteidigt hier da funk funk steht ja ich hab fünf sekunden der wollte da vorbeifahren hinter das hause aber fährt erstmal voll gegen das hause und wird es deswegen sterben hab ihn nice der conqueror alter oh jagdpanzer kommt bei mir oh ich bin offen ow what the hell 600 vom E50 M Hyrule of Doom of Darkness er hat die ganze Zeit HE geschossen um für mich den einen Schuss drin zu haben ah ich guck mal dass der Jagdpanzer J100 da nicht durchfahren kann oh 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 Conqueror kommt hier nein er hat den Objekt hier nein Arti hat versucht mich rauszuklicken komm Objekt gib ihm gib dem E-50M gib ihm Objekt komm der Jagdpanzer ähmt mich ab gib ihm Objekt komm nein nein verschossen nein mach mich übernäher ab jetzt trat er ich glaub ich bin hinter den Conqueror gekommen Arti Sound oh mein oh mein Gott alter hatte ich Glück im Unglück ich muss jetzt hier irgendwie die Arti ist halt hart auf mir drauf ich muss jetzt eine Reaktion setzen oder dazu ist schon wieder ein Stump oder was die beiden TDS haben geschossen ne ja ich bin hier nur grad unter Art laut ich kann den einen nehmen wenn du den anderen nimmst ich nehme den Jagdpanzer okay ich nehme den FH drei Sekunden zwei ja 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 wunderbar ich habe das ich kann das ich habe das glaube ich was ist bei dir ich versuche erst mal weg zu kommen ja niemals also ich würde sagen das spiel da war die art wieder ich muss zwei artis zwei artis haben dreh 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 und kinder ich hatte gerade gesteinten schuss nächster artis schuss also die bad shit arti hat zwei raus warte ich komme beim emil von hinten du musst nichts riskieren ich habe ihn er sieht mich nicht aufgemacht oder muss jetzt geklickt ja wobei die artis haben gerade auf mich geschossen kannst du überleben ich stehe da oben da oben okay ich war hin also aus der richtung hat mich geschossen geschossene sauber gehalten die zwei quadratmeter land der stand die ganze zeit hinter diesem gleichen haus da unten ich musste den konkurrent irgendwann einfach pushen ja super move alter und auch das timing alter du den ein nicht den anderen oh ich hab die nächste arti gespottet nice komm redley walters oh ich nicht ich lasse die am leben dann sollte ich vielleicht auch nicht die andere suchen gehen und unsere arti diene raus ich fahre einfach nur mit weiß ich fahre jetzt hier links hoch ich glaube dass er da nämlich jetzt wartet dass ich da hochkomme koala bär vielen dank für deinen resub vielen dank für zwölf monate support und alt eisen karl dir vielen lieben dank für deine vier monate support hallo hallo guten tag nice hehehehe so die m dings lebt immer was oh soll ich soll ich soll ich oder nicht ne mach erst wenn er geschlossen hat ok ah jetzt mach jetzt mach hat mich angezündet tut mir leid man ach kein problem ich wollte unbedingt den kill lassen kein problem war das das alpha wibchen ja ja das ist ok ich schieße nicht auf Frauen Easy Carry Das kommt auf jeden Fall auch auf YouTube Müssen wir eigentlich mal die beiden Replays zusammenschmeißen Ganz gerne haben So zwei Perspektiven